Moin! Schön, dass du reinschaust. Ich möchte heute noch mal ein, wie man so sagt, MMORPG vorstellen. Das gibt es im Moment bei Steam für 4,19 Euro. Hat durchweg mehr schlechte Beurteilung als Gute. Aber man muss es ja immer selber sehen, denke ich mal, bei dem Preis. Da kann man mal gucken. Musik habe ich wie immer leise gemacht. Ich gucke mir noch mal die Kontrolls an. Ach Gott, Gott, Gott. Reserve Keys, Escape, Return, Keypad, Enter, Joystick, Button, Joystick, Left, Alt, Shift, bla bla bla, Kamera, C, bo, 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 bo. Oh, shit, will ich gar nicht machen. Was haben wir denn hier noch alles? Na, ich hoffe ja, dass da wenigstens ein Tutorial dabei ist. Man kann es anscheinend auch mit Joystick spielen, mit Controller, aber den habe ich jetzt nicht vor, damit zu spielen. Prefab Distance, was auch immer das jetzt heißt. Das Spiel ist nicht auf Deutsch erhältlich. Use, E, Grab, Coup, Reload, Siege, Rotate, Left, Siege, Rotate, Right, Menu, Escape, I, B, O, Party. Also wenn man jetzt hier zu mehreren spielt. Das ist ja, man kann es aber auch jetzt als Singleplayer spielen. Und das möchte ich erst mal machen, um mir das Spiel überhaupt anzugucken. Gut. Habe ich was gechanged? Discard. So. Dann wollen wir mal Play drücken. Mal gucken, was jetzt passiert. Heat. Das ist der Einzelspieler und das ist Online. Warum das jetzt Homestead heißt. Ist mir nicht so ganz klar, aber egal. Embark alone in a scenario where you have inherited your families cut off land. Na, off land natürlich. So, dann gehen wir mal in Homestead rein. New Game, Grandpa was a rancher, he lived on a ranch between Washington and Tombstone, Forest, Farmer, Little House. Was, da gibt es auch noch Steuern, die ich bezahlen muss. Cash und Foner zählt, Landzeit, vier Acker. Das wird alles das gleiche sein, ne? Starting Tools, Eggs, Potatoes. Ne, hier ist noch wieder was anderes. Appalachia, Politiker. Hills, Homesteader. Here had a cabin in the backwoods. Building Hammer, Stonehill. Copper Watering Can. Stone Woodcutters Axe, Waterskin. Cash 100. Ja, habe ich ja nicht viel Cash, ne? Ranger, Boris. Oder will ich Politiker werden? Na, ich glaube nicht. Da kriegen wir, da haben wir 500. Und hier haben wir eine 100. Ein Acker. Lockkabin, Fernseher, Bett, Shipping-Pin, Repair-Bench. Ja, wenn die, die wir jetzt noch dabei schreiben, würden, ich hätte ja gerne gewusst, ob das leicht oder schwer ist, ne? Äh, was ist ein Homesteader? Keine Ahnung. Rancher, Pharma, kann mir ja noch was vorstellen. Na, dann gehen wir hier mal rein, jetzt egal. So. Ja. Hilf, nennen wir das, das ist sehr, sehr sinnig. Enable Energy Bar, please nehmen wir es hilfreich. Okay. Juhu. Claim Land and pay taxes at the claim flag to reverse the effects of decay. 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 Wird schlechter, oder was ist das? Rotten. Oh, da gibt es auch Indianer. Ja, in diesem Spiel gab es wohl auch mal Zombies. Die sind aber inzwischen raus hier, was ich auch ganz gut finde. Überall diese Scheiß-Zombies. Das nervt eigentlich. Ja, da haben sie jetzt auch Tiere draus gemacht. Also Bären und Wölfe, was weiß ich, sowas. Und ich will mir das jetzt einfach mal angucken. Und wenn es so schlecht ist, werde ich vielleicht das erste Mal bei Steam ein Refund beantragen. Aber 4,19 Euro. Mal gucken. Wenn das einigermaßen was ist, werde ich nochmal mit dem Spiel online gehen. Und dann aber mit dem eigenen Server, weil das interessiert ja auch viele Leute, habe ich gesehen. Und bei meinem Rust-Video, da sind viele daran interessiert, Rust erstmal so zu spielen, auf dem eigenen Server. Ohne, dass man da gleich ermordet wird. Das ist ja furchtbar bei dem Spiel. Da bist du zwei Minuten unterwegs und dann hat ja einer den Schädel eingeschlagen. Dem Charakter, der ja Gott sei Dank nicht. Also von daher. Und es gibt die Möglichkeit, auch bei Rust den Server auf PVE zu stellen. Und zwar den ganzen Server. Oder Teilbereiche als PVP-freie Zone zu deklarieren. Das machen die aber nicht. Das habe ich heute gelesen. Dann gehe ich da vielleicht nochmal ran und mache nochmal ein Video mit dem Rust-Server, wo das so ist. Muss ich mal sehen. Ich war ja letztes Mal froh, dass der endlich die Verbindung hergestellt hat, weil ich Dussel mir was Falsches gemerkt hatte. An dem Tag hatte ich glaube ich drei Server installiert. Und da bin ich halt wieder durcheinander gekommen. Aber ich hatte es mir ja aufgeschrieben. Hätte ich mal vorher drauf gucken sollen. Das hier ist jedenfalls ohne Server. So, ich habe gelesen, dass das lange Ladezeiten hat. Also der hat fast fünf Minuten schon mal gebraucht, bevor der Eingangsbildschirm da war. Und jetzt scheint es nochmal so zu sein. Das letzte Update ist eher dieses Jahr im Januar gewesen. Die hatten letztes Jahr zwei Updates glaube ich oder drei. Die meinten, sie hätten alle Grafiken neu machen müssen, weil die korrupt waren. Also beschädigt in irgendeiner Art und Weise. Dann haben sie 32 GB HD neu machen müssen. Und andere haben geschrieben, wir haben schon gedacht, ihr habt das Spiel aufgegeben. Jetzt lädt er das Environment Charakters. Da gibt es also auch einige NPCs, die da spawnen und einen auch überfallen und erschießen können. Gesetzlose. Ja, jetzt hatte ich mich schon. Schalenging Malthus. Was ist das? Aria Streaming. Es geht ja voran. Der blaue Balken wächst. Wenn es dann im Spiel wenigstens flüssig geht, dann wollen wir das mal so hinnehmen. Wollen wir mal gucken. Ja, ganz schön, ganz schön lange. Leck o miro. So, da muss man sich auch Land abstecken, glaube ich. Ich lese mir ja die Beurteilung einmal durch, die Bewertung der... Was ist jetzt los? Oh ne, das ist ja furchtbar. So, Muskel, Muskel, Muskel. So, das ist jetzt mal ein Zeichen hier. Oh, da sind wir in so einem Zug drin, ne? So, da will ich nur raus aus diesem Lärm. Ist ja furchtbar. So, in Outhouse, Auto-Money, collect nearby waste from people or animals. Outhouse, was ist ein Outhouse? Flipsklo draußen. So, Streaming ist jetzt, A1 Remaining. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir ja noch nicht keine Tee gekocht. Verdammt noch mal. Da müssen wir jetzt mal noch in Ruhe eine anzündeln. Ja, was ist jetzt hier? Wer ist denn ich hier draußen? Da gibt es also kein Tutorial. Jetzt gucken wir erst mal, ob wir irgendwas haben hier drin. Torch, Saat, Dollaris. So, dann gehen wir mal los, was haben wir denn hier jetzt? Das ist my land. Wollen wir erst mal aufräumen hier, ne? Was haben wir denn da Schönes? Nehmen wir mal die zwei. Oh, ich hab die linke Maustasse gedrückt. So, weg ist er. 40 mal Wut und 163 Stück. Na, dann ist er wunderbar. So, ist das meine Hütte? Machen wir erst mal gucken, was wir hier so haben. Koldron, Lokstuhl. Koldron. Ist doch immer das heiß. Ich kann jetzt auch hier meine... meine Chat-Sachen nicht sehen. Weil da stand auf einmal irgendwas, dass ich da was zustimmen muss. und... Dann hauen wir das erstmal weg hier, ne? Ja, das sieht doch schon ordentlich aus. So, open, hold, open. Wollen wir mal open, eh? Mhm. Oh, da habe ich ja zuwachsen gekriegt im Inventory, oder? Warum bin ich jetzt nicht hier bei dem? Oh, da gibt es noch Unterschiede zu den ganzen Holzen. Hier mal in die Übermünde. Ach, hier ist der Koldron. Materials. Da muss ich jetzt was reinfüllen. Fine Wood. Wie viel kriegen wir da rein? Ich will da nur einen da rein haben. Prozess 10. Desert Resource Use in Crafting. 7. 7 Dollar 60. 1 Kilo habe ich Gott sei Dank nacheingestellt. Mhm. So, ja, das nimmt mir aber nix. Stick. Use in Crafting. Ne, da müssen wir mal gucken, ob wir schon was kräften können, ne? Dann machen wir jetzt mal E. Close. Hold E für Moor. Äh. Noch mal zumachen. Was ist das hier? Rename. Collect. Cool drum. Ne. Open. Na gut. Dann haben wir den jetzt geöffnet. Machen wir wieder zu. Ja. Mal gucken, was ist das hier? Da kann man sitzen gehen. Okay. Und da wohl auch, ne? Nehmen wir jetzt erstmal rein hier. Das heißt, ne. Ich wollte ja... Mal gucken. Gehen wir mal in Blueprint B. Rockwell und Sand. Guck an du. 163,8 Kilo traf ich schon. Elektromie oder so. Das hier, das haben wir schon alles. Äh. Ab Level 5 können wir das erst alles machen. Aber hier haben wir noch was. Double Doors Research. Not Research. 160 Wut. Ich hab nur 100. Aha. Player Workbench. Workbench. Wo haben wir denn eine Workbench hier? Clay Rampart Gate. TP. Zwei der Roten und 15 Height. Tent. Ganzlinger Tent. Building Planer. Kraft der Deployer. Workbench. Wo ist denn hier eine Workbench? Hab ich denn eine? Ne. Da kann ich ja... Ach hier ist ja noch. Guck mal. Hier gibt es ja noch ganz viele Sachen. Ach herrje. Da kannst du dich ja tot suchen. Mann nur. Kannst doch sogar Patronen selber machen. Copper Ingott. Und Black Powder. oder? Crafted at Amory. Da brauchen wir was zum Schmieden. Dann wollen wir mal gucken, wo haben wir denn sowas überhaupt hier. Da. Oder? Ja. Das sieht schon gut aus. Complete. Workbench. Was brauche ich dazu? Workkeep. Workbench. Enhanced. Health 500. Heavy Goods. Production Station. Used to Craft. General Album. Starting Tier Building Materials. Was ist jetzt los? Sollten wir vielleicht mal reingehen, ne? Äh. 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 Wollte ich drücken. Das liegt da genau neben. So. Dann machen wir mal den Doerwetter Close, ne? Mal gucken hier. So. Weil der hat schon angefangen zu frieren, ne? Open. Was ist denn hier drin? So. Was ist das hier? Shipping. Weil der hat schon angefangen zu frieren, ne? Katalog. Da kann ich was bestellen. Und dann kriege ich das. Oder ich kann's was verkaufen, ne? Gucken wir uns das nachher an. Wollen wir erst mal gucken, was es hier noch so alles gibt. Hier ist noch so ein Teil. Dash. Deposit. Da kann man was reinpacken. Oh. Ich hab das Gefühl... So. Haben wir denn hier nix zum Heizen. Eisenstoff. Was auch immer das ist. Halt. So. Dann gehe ich mal in Open. So. Dann muss ich da jetzt mal was reinpacken, ne? Na ja, gut. Fett. Fett. Charcoal. Stick. Gut. Ich mach's doch mal an hier. Wie geht denn der jetzt an? So. 10 Sekunden. 350 Grad. Rott. Oh. So. Ein Eisenofen. Ich hab doch da Wut reingepackt jetzt. Hallo. Ich bin da irgendwie hier oben anschmeißen. Was ist das hier? Inventory. Social. Party. Katalog. News. Map. Open. Cannot collect it while it has items inside of it. So. Das scheint aber nicht das Richtige zu sein, was ich jetzt hier mache. Dann gehen wir mal, äh, Crafting. Wo können wir denn Crafting machen? Gehen wir mal in Tab rein, ob wir da was finden. Ja, da blinkt das. Ich seh das schon, dass es blinkt. Die Crafting. Zigarette. Containers. Portable. Costume. Equipment. Lighting. Ach, jetzt hab ich keinen Cotton. Verdammte Axt. Das kann ich mir hier einen abfrieren. Aber das ist ja Schi-Jeder. Da können wir auch nicht irgendwas anderes machen. Machen wir mal Kanzler. Irgendwo Klamotten. Kostüms. Helm. Schamanen-Kappel. Oh Gott. Schamanen-Outfit. Grasshut. Heighthut. Cold-Resistenz. Adult-Closing-Kostüm. Materials. Habe ich alles nicht. Na, wie schön. Das kommt ja jetzt auch ein bisschen überraschend, dass der Tag gleich rum ist. Campfire. Drei von zehn habe ich auch nur. Ey, du. Das geht mir jetzt mächtig auf die Socken, dass ich das jetzt alles nicht machen kann. Hier. Werkbench. Wir ahnen dann auch, dass das gleich dunkel wird. Ne? So, dann gehen wir erstmal wieder raus hier. So, Timbershare. Wundentäbel. Da ist ein Bett. So. So. Hier eins. Spring zwei. Was ist Spring zwei? Server is saving. Was auch einmal für den Server jetzt. Ahem. 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 Der muss ich ja nach draußen und jetzt erstmal alles Mögliche sammeln. Dass ich was zusammenkriege. Server is saving. Da können wir noch ein Lied komponieren, bis der fertig ist. Das habe ich aber echt noch nicht erlebt, dass das so lange dauert. Ja. Ich weiß. Ich kann jetzt nicht. Der Server is saving. Aha. Jetzt habe ich den Knopf gedrückt. Und Hunger hat er auch. Ja. Ich sehe es. Und jetzt. Jetzt gehen wir mal weiter hier. Da war nichts drin. War hier was zu essen drin? Nee. Du musst du nichts bin. Oder? Ohl. 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 Ach so zieht man da einen ab. Nö. Da war man da drin so. Kommst du da auch noch zu. Ciao. Zack. So. Und die seltenen Dinger hier. Die hauen wir da auch mit rein. Du gehst da mit rein. Und du auch. So. Und du kannst ja jetzt auch rein und rein. Da haben wir hier was zu essen. Nee. Zart haben wir. Was ist das hier? Stone. Stone können wir mit rumlaufen. Repair Bench. Basing Tube. Hip Bench. Sheep Skin Rook. Kann ich das vielleicht anziehen? Was ist denn Deficate? Weiß ich denn wieder nicht. Mit meinem scheiß Englisch komme ich gar nicht hinter. So. Iron Stoff. Den Eisenofen. Da ist er doch. Warum krieg ich den nicht an? Ich muss jetzt erstmal raus. Ich muss jetzt erstmal sammeln hier. Komm. Ab die Post. Sonst ist der Tag gleich wieder rum. So. Close. Jo. Das geht wenigstens. Ja. Mal gucken. Ist das hier ein Scheißer? Haus. Muss ich von der anderen Seite kommen? Muss ich das jetzt mal weckauen hier? Was auch immer ich da jetzt sammle. Sticks. Gras. Sturm. Fieber. So. Jetzt lege ich die hier alle frei. Was haben wir hier denn jetzt? Was für ein Scheiß. Ne. Nix weiter zu machen. So. Lass uns mal gucken, ob wir irgendwo was zu futtern finden. So. Na. Finde mich alles nicht voran hier. Der ganze Mist. Lass uns mal ein bisschen gucken hier, was wir hier so finden. Was ist eins denn überhaupt? Ne Keule. Drei. Drei ist ne Pickaxe. Ich würde da irgendwo dieser scheiß Zug schon durch die Gegend. Hier finde ich ja glaube ich wohl nix zu essen. Was auch immer das ist. Walz und Sticks. Gehen wir hier mal rum. Aha. Flora. Sticks. Flora. Sticks. Flora. 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 Wann muss ich hier mal aufräumen? Ne. Dann nehmen wir hier mal die Axt. schocke berry habe ich jetzt gefunden was auch immer das jetzt sein deine kommen flower habe ich noch richtig was weg wie wir vor mit flowers wollen wir nicht mehr kommen wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen was ist das denn baum das ist das ist die trennen 2 den pilz will ich haben finden wir hier nichts zu essen so was war denn jetzt noch diese db blueprint ich will eine fackel haben stühle will ich nicht torch klamotten da sind klamotten was haben wir denn hier noch für kinder habe ich hier wat level 35 da sind wir ja noch nicht lange nie was ist das hier medizin karten geräte und sowas alles sind die webbanks aber das ist nicht dass man sich jetzt suche ich will jetzt hier jetzt will ich mal gucken diese verdammte wackel was brauche ich denn da jetzt noch kunden habe ich immer noch nicht wo finde ich denn jetzt dieses verdammte kunden ich will jetzt überall rum eiern will ich nicht wieder zurück kunden und stick und die baum habe ich mit einem schlag umgehauen oder was kunden stick und fieber das kriege ich bald das fieber wenn ich nichts zu essen finde hier oder ich muss mir was bestellen mal gucken wie das funktioniert das war gar nichts ist nur umgefallen kommen schlauer wo baum warte mal hier ist irgendwas zugreifen immer noch hier in der hand ne welche gras fieber stück Andere. So, ich taue ein Stück in der Hand gleich. Und meine Achse ist auch gleich hin. Nehmen wir jetzt mal den hier. Stein wollen wir haben. Ist ja alles total verwildert hier. Opa, was hast du denn da hinterlassen? Stück und Eisen, Erz. Was habe ich hier jetzt gefunden? Nur ein Stück. Was ist das hier? Ja, nervt mich nicht mit deinem Gehen. Ich suche hier was zu essen und du gehst mich an. So, wo kommen wir da wieder hin zum Haus, ne? Stuhl. Was ist das denn hier? Das kann man nicht nehmen. Und das hier? Ja, das ist... Das haben wir wenigstens mal ein paar Bären gefunden. Waren die eben schon da? Die müssen wir mal nach Ausschau halten. Soll ich ein Bären... Gehen wir da mal runter. Das ist keine. Hm. Das war gar nichts. Da habe ich hier falsches Werkzeug zugenommen. Waren da Steine? Aber ich habe ja kein... Kein bisschen Baumwolle hier. Ja. Ja. Ich habe ja kein... Mal gucken. Gras und Stick ist das. Nichts... Nichts sieht. Stick und Stick? Das fällt um und da... Kriegst du nix. Gibt mir was zu puttern. Ne, ne? Doch nicht, das wird schon wieder dunkel. Das ist ja jetzt gelandet hier. Die müssen wir anschmeißen. Weht nicht. Kann ich die nicht in die Hand nehmen hier? Auch nicht. Geht mir hier mal raus. Und dann nehmen wir mal die Torch. Ach, die muss ich erst mal wieder reinpacken da oben, ne? So. Mal gucken. Wenn ich jetzt die neuen drücke... Ach. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Ach. Das ist doch schon mal was. So. Dann gehen wir jetzt nochmal hin. Okay. Dann gehen wir. Ab so einengeren... Ach. Ab so einengeren... Ah, jetzt habe ich es kapiert. So, der brennt aber nicht lange, ne? 7, 6, 5, 4, 3, 2, aber da macht er richtig heiß, da kann ich meine, meine Metalle kann ich da, was ist denn das hier, das ist Eisen, das ist scheiße, das ist nicht das, was ich brauche jetzt. Superior Stone, Feinstone, Stone, hier, das ist Oil Shell, Heavy Goods, Wettered Ressources, Ruins und Crafting, Lied, da Lied, irgendwas war noch mit Lied, was wir brauchten, ne? Wie kann er denn jetzt essen? Können die mir das mal erzählen? Ich drücke mal F1, da kommt gar nichts. So, jetzt F1, da ist nichts, Escape, Controls, Resume. Also, das könnte ich da jetzt nochmal angucken, aber das bringt mich ja nicht wirklich voran. Cannot begin travel in the evening. Kann man irgendwo hin travel? Ich bringe 4, bin ich schon. Ach, du Scheiße, jetzt geht das wieder los. Server is safe in. Jetzt kümmere ich mich mal um diese Kiste, damit ihr euch da was bestellen könnt, was verkaufen könnt. Muss ich mal gucken. Das sah ja so aus, ne? Meine einzige Verbindung zur Stadt, dieser Wildnis. So, wenn ich jetzt sage, 1, ach, der hat er die auch noch in der Hand. Und 9, aha, dann hat er sie nicht mehr in der Hand. Okay. Shopping. Open the building, equipment farming, foodstuff. Was haben wir denn hier Schönes? Also, da. Dann wird er eine Setze. Das ist ja nichts. Pfff, pfff. 20 davon und was ist das hier? Fett, Brot. Aber teuer. Und das hier. So, 2 Kilo. Satiert, Turnip, keine Ahnung. Ich werde nicht gleich verrückt werden hier. So, buy goods. Hab ich die jetzt gekauft? Wo sind sie? Wo ist das Brot? Ach so. It's morning. Gut. So, dann gehe ich hier nochmal raus. Dann gehe ich mal auf diese Seite. Das ist das gleiche. Hier. Es geht so aus. So. To fill and order. Ja, ich höre das. Ich höre das. Ja, das haben wir aber nichts. Der Cheat hier. Kann ich die jetzt verkaufen oder was mache ich jetzt? Ach so. Wenn nicht. Schipment ist complete. Cache, erreiß unsere Seeming-Container. Ja, was jetzt? Order-Status. Was muss ich denn jetzt machen hier noch? So, jetzt gehe ich jetzt mal raus. So, wenn ich jetzt Tab drücke, habe ich die wieder da drin. Shipping. Da ist er drin. Shipping. Dann machen wir noch mehr hier. Heavy Goods. Was ist denn das hier? Kann ich auch kaufen. Shipping. Was haben wir denn noch zum Shipping hier? Da haben wir so viel von hier. Davon haben wir so viel. Ja, auch weg damit. Shipped-In-Schmack. Good Morning. Mal gucken, ob wir das verkaufen können jetzt. Muss ich ja morgen was drin finden, ne? So. So. Und close. Jetzt schon wieder ein Zug vorbei. Toll. Gut. Bitte. So. Ach ja. Jetzt bin ich wieder im Bett hier, oder was? Logging. Was ist das hier? Stick. Wood. Was habe ich jetzt gekriegt, oder was? The server is saving. So. So. Jetzt bin ich wieder aufgestanden, ja? Habe ich die Sachen jetzt gekriegt? Mal gucken. Inventory. Ne. Wo habe ich denn überhaupt meine Übersicht? Ich glaube, das war P. Aha. Physik. Mental. Survival. Health. Hydration. Das ist alles noch gut, ne? Sorts. Rebellious. Angry. Physical. Ich kann das jetzt updaten. Unspent Points. Health. Resistance. Hot or Cold Weather. Für 10%. Energie. Hydration. So. Jetzt habe ich die Points weg. Noch Status Effekt. So. Das ist jetzt die Person. P. Okay. So. Was können wir denn hier jetzt noch machen? Haben wir hier jetzt was drin? Da. Wir haben es gekriegt. Ja, wie ist der denn? Oh, hier, die sind alle weg hier, die Sachen. Ach du Schande. Das ist ja blöd. So. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Baby Closing. Child. Cowboy Hood. Cold Resistenz. Gibt es doch nicht. Da, hier. Cold und Heat. Is too expensive. Äh. Preis. Minus. Ach du Scheiße. Da muss ich ja erstmal wieder raus jetzt. Aber wie esse ich das denn hier? Ja. Ich packe das mal hier rein. Gehe ich mal raus. Und drücke ich mal die 9. hin. Ah, linke Maustaste. So. Mal gucken. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Ah, hier. Ah, hier. Das steigt noch. Tab. 9. So. So. Jetzt habe ich noch 4 davon. Und so. Jetzt nehmen wir das wieder rein. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Zigarette brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt. Wir brauchen jetzt. Werkzeug. Da. Buden Construction Hammer. Schau mal. Ich habe kein Bud. Na toll. Jetzt kann ich erstmal raus gehen. Und mir alles wieder suchen. Oder ist hier irgendwas abgelegt? Ne. Die haben mich ja geflattert. Ne. Wo auch immer viel Gutes ist. Aber was soll's. Achso, da stand doch eben was. Ne. Aha. Produkt into Fertilizer. Das wollen wir lieber jetzt erstmal nicht machen. So. Wie kann ich denn jetzt hier mal was anderes machen? Ah, Gatter. Ein Mushroom. Ach, komm an. Wie krieg ich denn jetzt Holz? Gar nicht. Wie schön. Kann man nicht aufheben. Ach, noch ein Pilz. Jetzt haben wir Pilze gefunden. Ja, wenigstens was. Was haben wir da? Saskatoon und Sticks. Ist das kein Pilz? Das würde ich aber als Pilz ansehen. Na gut, ich hier mal eine Zeit verpflemper, da wird es gleich wieder dunkel. Da ist einer. Da ist einer. Noch einer. Ich kann die Steine aber nicht aufheben. Das ist doch blöd. Na ja, da habe ich zumindest mal wieder was zu essen und vielleicht auch Flüssigkeit schon. Und da ist ein Pilz. Also, ich kann es jetzt gucken. Ich lege mich. Da ist eine schöne Pilz. Dann ist die Pilz. Dann ist das nicht aufheben. Ich kann es nicht aufheben. Dann ist das nicht aufheben. Dann kann ich das nicht. Dann kann ich das nicht aufheben. Ich komme hier jetzt an Holz, verdammte Axt. Ich habe hier wenigstens etwas aufheben können. Das finde ich gar nicht mehr zurück hier. Da ist meine Hütte. Da ist meine Hütte. Ich verstehe nicht, wie ich jetzt hier zu irgendwas kommen soll, wenn ich jetzt hier nichts machen kann. Das Pilschen nützt mir ja auch nichts, kann ich verkaufen, dann muss ich mir was einkaufen was. Das war's. 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 Hm. das bringt mich doch jetzt nicht voran, verdammte Axt, ich noch nicht mal Steine nehmen kann, oh oh, es wird dunkel, wo ist mein Haus, hier keine Map, wo bin ich denn da bin ich, Death Location, sich jetzt also, ein bisschen nach links wieder gehen, und gucken ob ich da was finde, was wie ein Haus aussieht, jetzt wieder nach rechts, muss da ja irgendwo sein, ich sehe es aber nicht, so, dann übernachten wir jetzt im Freuen hier, so wie es aussieht, dann kommen wir in die Multimap, muss da irgendwo sein, ich gucke genau falsch rum, das kann doch nicht wahr sein, muss das doch da sein, irgendwo, so, kann das wirklich wahr sein, nochmal, so, jetzt nochmal Map, da muss doch hier irgendwo mein Haus sein, so, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hin, wo wir jetzt gelandet sind, hier dran, wo bin ich denn, wo bin ich denn das Wahnsinn für die Beute jetzt, oder was, so, Map, jetzt nochmal links, da war ich doch aber eben, verdammt, da ist die Hütte, hier, ich schleiche mich von hinten an, quasi, hier auch noch abgelassen, das kann doch alles nicht wahr sein, So, jetzt lebe. Farming, Logging, Mining, Crafting, gar nichts. Ja, also dann werde ich das Spiel jetzt erstmal verlassen. Das scheint dann nicht mehr zu funktionieren. Ich habe jetzt Pilze gefunden, aber ich kann ja nichts suchen. Ich kann nichts machen, kann ich auch nichts kraften. Ich kann nochmal sein anderes versuchen, als Farmer, vielleicht habe ich da mehr Glück. Jetzt hier im Wald, da nur diese Pilze, das ist ja auch nichts. Gehen wir nochmal ins Hauptmenü, wenn der Server fertig ist mit Surfing. So, dann gehen wir mal auf Escape. Gehen wir erstmal aus dem Bett raus hier. So, Escape, Resume, Save und Exit Game. Der Server ist sehr viel günstig süß. Äh. So, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt bei Steam lande, dann dauert das 5 Minuten, dann muss ich den Stream beenden. das will ich euch nicht zumuten, so lange zu warten. Da hätten sie wenigstens noch ein bisschen Animation machen können. so, da tanzende Indianer oder ein paar Schmetterlinge, die durch die Bäume fliegen. Juhu. So, aber nichts ist. So, Server ist sehr viel. Operazzi ist trinken. Und he is astonished now. He is wondering, why here is noch wieder drin, yeah? Server save complete. Gut. Ja. Was passiert jetzt? Maus bewegen, passiert nichts. Hm. Jetzt bin ich bei Steam. Tja. Man kann also nicht ins Hauptmenü zurück. Gut. Dann danke fürs Zuschauen bis hierhin. Da muss ich mir wohl noch mal ein bisschen Mühe geben, weil das Spielen mal so noch mal anzuspielen, mal zu gucken, weil so macht das ja nicht so viel Spaß. 4.19 hin oder her. Ne? Gut. Man kann vielleicht das besser machen als ich, dann will ich ja gar nicht mal abstreiten. Ne? Leute, die pfiffiger sind, das besser hinkriegen. Aber wie auch immer, wenn dir das bisschen gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir und natürlich auch über ein Abo und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin, bleibt gesund und viel Spaß beim Spielen. Tschüss. 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 Tschüss.